Neues zu Meta, Tesla und GameStop. Meta COO tritt zurück. Sheryl Sandberg ist seit 2008 bei Meta und seit dem IPO 2012 COO. Sie war nach Zuckerberg die Nummer 2 und galt als gesunde und erwachsene Ergänzung zu Zuckerberg. Nach Sandbergs eigenen Aussagen will sie sich lediglich mehr der Philanthropie widmen. Sie sieht Metas Zukunft sehr optimistisch und bleibt weiterhin im Verwaltungsrat. Der Markt reagiert dennoch negativ darauf und schickt die Aktie um 2,6% runter. Teslas Mitarbeiter müssen zurück ins Büro. Elon Musk teilte in einer E-Mail an die Mitarbeiter mit, dass alle mindestens 40 Stunden vor Ort sein müssten. Sonst gehe man davon aus, dass die Person gekündigt habe. Das erhörte Rang, umso präsenter sollen sich die Personen zeigen. Nur so soll es möglich sein, die besten Produkte der Welt zu bauen. Daher habe Musk auch selber mehrfach in der Fabrik übernachtet bzw. gelebt. Pause jetzt, um die ganze E-Mail zu lesen. GameStop gibt die Quartalsergebnisse bekannt. Die Gewinnprognosen wurden mit einem Verlust von 2,08 Dollar pro Aktie enttäuscht. Der Umsatz ist wie erwartet um fast 8% gestiegen. Außerdem teilte GameStop mit, dass die einen NFT-Marktplatz bis zum Ende des zweiten Quartals starten werden.